Ich steige dir noch für 10 Monate. Was geht, was geht. Wie lange hast du das eigentlich, also wann hast du Positiv-Test gehabt? Vor 3 Tagen oder so, ne? Ich glaube vorgestern. Das Ding ist, dass ich das schon jetzt das zweite Mal habe. Beim ersten Mal habe ich nichts gespürt, aber jetzt beim zweiten Mal ist ich halt so anders rein. Du hast zum zweiten Mal, also zum zweiten Mal schon? Mein Bruder hat mich jetzt zweimal angesteckt. Er hat es auch zum zweiten Mal. Kurz geht raus von meinem Bruder. Was geht raus? Der hat sich halt bei der Arbeit angesteckt. Kass, ey. Alter, die Waffe noch lief, ey. Du dich in Teufelskreis. Alter, kommt Teli, ich habe T4, aber komm her. Oh, du gehabt. Wer kommt wieder? Ja. Ja. Ja, denn nicht. So kurz ein loadout. Good fire. Hast du auch dann so kein Geschmack und so? Nee, nee. Du hattest bis jetzt noch nie Corona, oder? Nee, nee, nee. Ich bin bis jetzt verschwungen getrunken. Ich habe sie. Ich habe das nicht. Ich muss ja sagen, das ist auch einfach Glück. Also. Ja. Man kann sich so an die Regeln halten und so und an die Vorgaben, aber im Endeffekt. Die End-Offs-Geday in Slug. Wie habe ich den gerade gemisst? Alter. Ich sollte das nicht snipen. So dreimal daneben ist was. Cool. Oh, was hat der da für ein Move, wenn ein TTV besser ist als hier außen? Die erste ist doch immer noch so geil. Wie ein Rebirth-Safe. Ja, Mann. So geil. Weil die ganzen Colt-Waffen haben so geiles Movement. Deswegen liebe ich es gerade Colt-Invent-Screen wegen dem Movement. Ja, wirklich. Oh, hat der gut gemacht. Oh. Das war nicht gut genug. Das war nicht gut genug. War das ein UAV? Die kann man so ernst machen und mich wünschen. Kanker hat bestimmt. Ach, Kanker. Uuuu. Fah. Man sieht das halt schon echt viele Deutsche immer, ne? Oder Holländer, das sind immer lustige Hotmics. Das ist aber richtig lustig, Kanker. Das heißt irgendwie Krebs, glaub ich, auf Holländisch. Holländisch kann ich leider nicht. Nein. Ok. 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 Zum French. French French. Irgendwas wieder. Kann man irgendwas sagen. Irgendwas hat der von Jose gerade gesagt. Ja. UAB. Beginner Flyover. Gunker, faggot. Alter, Distanz. Enemy soldier nearby. UAB is out of fuel. Returning for resupply. UAB is out of fuel. UAB is out of fuel. Returning for resupply. Egal. Der Typ ist ja so am Campen auf dem Dach. Ist aber ausgecampt. Unsinn, wirklich. Gott. IC player jetzt. Das ist der IC player. Crawling it here. Team wipe incoming. He? Letztes one shot. Team wipe. Team wipe. Bitte push ihn. Nein, nein. Das kann nicht sein. So. Ich hatte alle easy. Beton stille. Der letzte hat Geist. Und kommt. Aus der Tür. Und wo ich gerade cancel sliden wollte. Der hat ja nicht gefloppt. Weißt du? Dann bin ich in den Reihen. Nein. Hast du die bekommen? Ne, ne. Die haben jetzt alle wieder gerast. Ist das noch ein Team? Die sind auch echt nicht gut. Ich glaub der teammate weiß nicht wie man hier hochkommt oder? Ach doch. Ja nice. Alter hat's gemerkt. Nice. I learned. Bin echt nicht so gut. So ein Freifeld. Kann noch ne Drohne holen oder? Ja dort. Nein. Fast Panze. Küsschen. Und das sind echt rotz. Ich geh mal auf dem Dach rein. Na da sind auch die anderen. Stimmt noch 4 teams 2 sind von uns und ja das eine sind uns. Alter was seh ich da? Da haben die sich mies versammelt die Jungs. Ja man. Ey ich bin einfach runtergefallen. Ey oh mein Gott. Was hab ich hier erlebt? Ist das irgendwas passiert? Ja. Ich seh ihn nach unten. Was? Eine war irgendwie AFK oder so. Ganz schlimm aus. Ich steh nur noch 2 teams 1 teams davon ist dieses. Ja 1 team ist 4 und was anderes weiter hinten. Boah mir echt? Ja genau vor dem hier. Ah ja ist es. Ja. Oh. 12. Können wir das Bounty da noch nehmen? Ist das ganz oben? Ne ich bleib da hoch. Ich mach den Gamer. Rebirth Raider wär halt geil. Aber Rebirth Raider ist halt immer rigged weil die sich dann immer vom Ding stürzt. Müsse so einen Modus geben wie ein Blackout damals. Da hat es so 5 Leben. Also. Ja dann würde Dings auch Sinn machen. Ja ja. Ist ja geil. Ja. 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 Digga aber die Lobbyen die davor die gingen auch echt voll klar ne. Also so auch so dass die Leute am Leben bleiben. Bro da wo du richtig viele Kills hast in der Runde. Aber die Lobby die. Die Lobby war eigentlich gut. Ich wollte gerade sagen die Lobby war ja nicht mal schlecht. Deswegen ist sie auch so lange am Leben geblieben. Ja. Ja. Der Rebirth ist halt wirklich voll krass. Wenn du so richtige Shitter Lobby hast. Dann ist zwar auch krass. Aber meistens sterben die dann auch zu schnell. Also. Da leben irgendwie so 3 Teams in der 2. Zone oder so. Ist ein bisschen ass. Das muss so ein Mittellobby sein. Naja. Alter Team hat 0. Achso ne. 2 Kills. Ich dachte der hat 0. Ich hatte heute eine Runde. Die hatten. D content.